Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Jutta von JM-Kreation. Heute ist Tag 2 vom Adventskalender und ich zeige euch heute was mit der Stanze, die da heute drin war. Und zwar ist es das Wort Herzen, also so rum eigentlich und wenn ihr es ausstanzt, dann sieht es so aus. Blödge, ich leg es mir hin, so sieht es dann aus. Ganz zahre Schrift, aber sehr schön. Und wir machen uns heute eine kleine Tasche, wo wir was verschenken können. Und dazu habe ich mir das von Herzen zweimal ausgestanzt. Das werde ich dann hier aufeinander kleben, damit es ein bisschen prägnanter ist. Das brauchen wir. Dann brauchen wir den Stempel 6413 Gnom Herzensmensch, die 6413. Und den habe ich mal versucht ein bisschen zu kolorieren. Das geht besser, aber ich bin schon ganz zufrieden damit. Dann habe ich mir aus unserem Papier, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, welches. Das ist auf der einen Seite rosa, ich blende es ein. Auf der einen Seite rosa, auf der anderen Seite so ein bisschen violett. Habe ich mir zugeschnitten mit den Maßen, also das habe ich mir zugeschnitten mit den Maßen. Ich blende die nicht auf, ich sage es euch so, weil sieben mal neun. Und das hat die Maße 7,5 mal 9,5. Ja. Und dann habe ich mir versucht hier die Ecke abzurunden. Ich habe hier so ein Eckabrunder, aber der ist nicht wirklich prickelnd. Der macht immer so kleine Kante da rein. Also wenn ihr mal einen Tipp habt, wo man einen schönen guten Eckabrunder herkriegt, bitte in die Kommentare schreiben, dann würde ich mir den nämlich gern bestellen. So. Das können wir uns jetzt schon mal da draufkleben, denke ich. So. Jetzt machen wir es einfach. So. Und wenn ihr jetzt keine Tasche machen wollt, dann könnt ihr daraus vom Prinzip her das gleiche als Karte machen, nur halt das Vorderseite von der Karte verwenden, von der Tasche verwenden. So. Ja, ist ihr recht. Dann habe ich mir ein Teil zugeschnitten mit. Zugeschnitten. Ja, ist hier gut. 10,5 mal 16 und da möchte ich das quasi nachher draufkleben, aber ich glaube, das machen wir doch nachher. Die zwei Sachen könnte ich schon mal aufeinander kleben. Ich fange wieder von hinten her an, gell, anstatt von vorne richtig machen. Also, jetzt machen wir erst mal das. Ich möchte es ein bisschen plastischer haben, deswegen nehme ich mir, dann habe ich mir das zweimal ausgestanzt. Und dann mache ich mir jetzt ein Kleber hinten drauf, wenn er nicht verstopft ist. Das ist immer so, wenn ich Videos drehe, weil es sind immer meine Kleber verstopft. Ne? Hä, das ist ja braun. Oh. Rostet die Nadel? Ne? Egal. Brille rutscht auch. So. Also, dann mache ich mir so ganz kleine, bin ich in Bilde? Ja. So, mache ich mir so ganz kleine Tüpfel dahinter drauf. So. Ne. Ah, ich soll jetzt halt auf das Papier machen und nicht daneben. Es ist viel besser, wenn man kleben möchte und es ist auf dem Papier drauf. So. So. Das ist eine meditative Aufgabe. Ich kann mich so nicht abgewöhnen, Leute. So. Immer wieder. So. Ey, bleibst du hier? Jetzt versuche ich, das da drauf zu kleben. Und dann kann ich das schön, mir schön zusammenschieben, ja. Jawohl. Es hat geklappt. So, muss schön, wenn mal was klappt. Dann legen wir uns das auf die Seite. Das brauchen wir nachher nochmal. Dann machen wir zu. Und schauen wir nachher tatsächlich vor. Öh, nein. So. Dann, als nächstes. Schneidet ihr euch, wenn ihr das so genauso machen wollt wie ich, schneidet ihr euch einen Streifen Papier mit 20 mal 11 Zentimeter zu und falzt unter 3 Zentimeter, ne? Dass ihr so ein Falz habt. Und oben knipsen wir uns jetzt wieder, wo hab ich denn jetzt mein Ding gelegt, da? Knipsen wir uns dann die Ecke ab. Also wie gesagt, das ist ein bisschen nicht so ein schöner. Der macht wirklich nicht so schöne, nicht so ganz saubere Ecke, äh Rundungen. Und dann braucht ihr noch, ähm, unsere Universal, Univers, ich muss weiter. Wieso sagt ihr denn nichts? Mann, ich bin ja viel zu nah dort. Habt ihr das jetzt gesehen? Weiß ich nicht. Also, ähm, unsere Universal, äh, Universal, Universal. Ich blende es ein. Das sind so Universalteile, wo ihr euch eure Tasche selber, äh, machen könnt. Das könnt ihr euch, das ist jetzt das Längste, was halt in Big Shoot Night geht. Und, ähm, kürzer könnt ihr es euch ja dann, wie ihr es wollt, wie ihr es braucht. Und zu denen hier, das ist die 00625, das ist Mittel. Und das ist hier drei Zentimeter breit, also die Breite, hier, von dem, von dem, ach, ich mach's. Ist genau, deswegen braucht ihr das hier, Chaos, Chaos. Also, ihr müsst die Breite, die ihr hier habt, hier unten abmessen, okay? Puh, schwere Geburt. So, dann falzen wir uns das Ganze mal. Ne, jetzt können wir uns die eine Seite gestalten, weil es ist noch einfacher, ähm, mit dem draufkleben. So, und, äh, ich hab's noch gemerkt. So. Oh. Dann hab ich mir, jetzt muss ich noch überlegen, die Typengriffe ausgestanzt, das waren die Nummer 00622. Jetzt bin ich mir überlegen, mach ich die so drauf. Hier, ihr seht nix, das sieht nix, so drauf, dass ich sie oben drüber mach, oder soll ich sie so unten drunter machen? Oder soll ich sie dahinter machen? Ich mach sie dahinter, hm? Ich mach sie dahinter. Also. Dann. Machen wir hier uns. Also das Papier mit den Herzchen hat die Nummer P0044, herzig kariert, Baby Pink. Ja, die andere Sache, die notiere ich mal als, aber wenn ich das Papier nehme, das schreibe ich mal jetzt nicht immer so auf. Und jetzt müssen wir überlegen, wenn wir das machen, mach ich mir das jetzt so, wo schon mein Pfund, hier. Hier ist mein Pfund. Das will nicht her. Das muss ich auch noch aufkleben. Das von hat die Nummer 00722. Und jetzt, um überlegen, mach ich das jetzt hier so von Herzen. Ja. Oder mach ich das jetzt von hier so. Und dann Herzen hier unten. Oder mach ich das so und so. Ich glaub, ich mach's so. Ich mach das jetzt einfach. Ob euch das gefällt oder nicht. Jetzt brauch ich meine Abstandhalter wieder. Meine Klebekissen. Die mach ich jetzt mal im, zum Beispiel mein Computerleiser, schalte ich mal, das Gebimmel hier. Das mach ich jetzt mal, ähm, out of camera. Und wenn ich das gemacht hab, komm ich wieder. So, jetzt hab ich das hier abgefremelt. Einstelle. Meine Batterie war leer. War noch. So, dann kleb ich das mal hier so da drauf. Und dann machen wir uns das von Herzen noch drauf. Dann lege ich mir das da hin. Und das so. So und so. Ja. So machen wir das. Wo ist meine Klebeunterlage hier? Ich hab mir da extra so ein Stück Folie zugeschnitten, weil sonst hab ich immer der ganze Tisch so verhunzt. Also verhunzt, ist verschmiert, äh, beklebt, kaputt gemacht. Wir können jetzt so noch ein bisschen schwäbisch für Anfänger machen. Also wenn's Masern hätt. Das brauch ich nochmal. So. Im Herzen. Seht ihr, das war jetzt auch eine schöne Karte. Aber ich wollte nicht nur 0815 sagen. Also das könnt ihr jetzt einfach als Karte auch machen als Klebkarte. Ich wollte aber jetzt mal so ein bisschen verschiedene Varianten noch zeigen. Ähm. Im Rahmen vom Adventskalender. Was mir noch so alles an verschiedenen Stanzen und Stempeln und so weiter haben. Und da hab ich das. Nutze ich das jetzt für den Adventskalender mal ein bisschen aus. Um euch das zu zeigen. Was immer nur Karte ist, ja auch. Also das meiste sind Karte aber immer mit ein bisschen Effekt. So. Und dann wie immer. Flutsch. Boah. Jetzt hätte ich beinahe die Nadel abgebrochen. So, bevor ich jetzt das zusammenklebe, mach ich erst den Griff rein, weil jetzt ist noch alles plan. Jetzt kann ich das noch machen. Weil jetzt ganz pingelig ist. Ja. Ist. Der stanzt sich den Griff nicht nur zweimal auf, sondern viermal. Und klebt den dann so aufeinander. So. Dann ist er beidseitig dunkel. Ja. Mich stört es nicht. Ich bin kein Korinthenkacker. Ich mache mir das einfach so. Jetzt klebe ich das erste Mal auf und das zweite richte ich dann nach dem ersten. Also ich streife mir hier nur ganz schmal den Streifen unter ein. So. Und wieder so. Ich zahle jetzt für jedes so einen Euro in der Kasse. Da bin ich bald millionär. Ich vermittel das ein bisschen. Sorry. Mir kratzt mein Hals. Und jetzt lege ich mir das dagegen. Streich hier meine andere Seite ein. Lege das aufeinander. Dann lege ich den Griff auf den anderen Griff. Dann klappe ich das zu. Und dann habe ich beide Griffe gegengleich. So einfach. Gell? Das habt ihr nicht gewusst. Deswegen habe ich euch das jetzt erzählt. Dann kleben wir uns die beide Laschen mal zusammen. Also man könnte es auch ohne die Seitenteile machen. Dann habt ihr halt einfach so wie so Ja, da könnt ihr dann auch was quer drücken. Handtuch oder so irgendwas. Zum Beispiel so durchlegen. Oder so. Wäre auch mal eine Idee, gell? Na ja. Jetzt machen wir es. Habe ich das zugeschnitten. Jetzt machen wir es halt zu. Oder ein Schal. Oder ein paar Socken. Und die Socke passen auch in die Tüte rein. Dann mache ich das immer so, dass ich mir das G herkomme. Hoch mache. Da hat der G gestoß. Weil dann passt es 100%ig. Und wenn man hier und hier auch noch gleich macht. Voila. Jetzt klebt ihr euch mit dem kleinen Schnipsel den klebt ihr euch jetzt die eine Seite hier hin und die andere hier. Das kann ich euch leider das passt nicht mehr ins Bild. Aber ihr wisst, wie ich meint. Die machen wir jetzt erstmal die Seite. Ich muss es leicht schräg hinlegen. Das passt hier sonst nicht. Sonst habe ich es im Bauch stecken. Also im Bauch würde es jetzt nichts ausmachen, aber die Lasche wird gar gut gehen. Bauch wird es nicht schade, wenn ihr ein bisschen Luft ablassen könnt. Geht aber nicht. Leider. Und dann ist es praktisch so, dass das hier so und dann klebt wir uns eine Seite. Also ihr macht es jetzt nicht so, dass ihr das so und so festklebt. Sonst habt ihr echt ein Haarproblem, das hier festzukleben. Sondern ihr klebt euch entweder erst die Rückseite oder erst die Vorderseite auf. Wir fangen jetzt mal mit der Rückseite an. Dazu streicht ihr euch beide Teile ein. Lascher. Laschen nennt man so etwas, was da dort ist. Einmal. Und hier habe ich ein bisschen kleinere Taschen machen können. Nein. Dann nehme ich mir das und verschmiere natürlich dann alles. Guck, dass ich auch so schön am Rand bin. Ähm. Ähm. Ja. Ich habe wieder Bock mischt gemacht. Ich hätte mir die die Dings noch kürzer sollen. Hey. Jetzt macht es fertig. Ne Leute, ich fange das Video jetzt. Nehm mich an. Also. Es ist ungünstig, wenn die Lasche länger ist, wie das, was ich mir hier zugeschnitten habe. Ja. Ich gucke, dass ich den Fehler noch habe. Beseile ich. Ich überlege mir was, weil wenn euch das dann passiert, ich könnte das einfach abschneiden, oder? Geht das? Moment, ich muss mal kurz Kamera ausschalten und in mich gehen. Da bin ich wieder nach einem Schreianfall. Also, ich habe mir das jetzt mühsam hier gekürzt. Wenn ihr das zu Hause macht, dann schneidet euch bitte das Teil so weit ab, wie die Höhe ist von eurer von eurer Tüte. Ja. Aber ja, ich mache das ja nur, wie gesagt, damit ihr die Fehler nicht macht. Eigentlich sind es ganz besondere Videos, die ich mache, weil ich an euch denke und Fehler mache, damit ihr die nicht macht. Oh Leute, das ist auch die Mäusemelge. So. Jetzt gucken wir, dass wir das jetzt auch noch schief draufkleben, irgendwie. Und die Seite. Noch ein bisschen nach außen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Muggesegele. Muggesegele ist die kleinste schwäbische Maßeinheit. Ich erkläre euch jetzt nicht ganz genau, was ein Muggesegele ist. Das ist noch ganz jubelfrei. So. Und, wenn ihr das jetzt richtig gemacht habt, dann habt ihr auch keine Sofranze da außen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei der Tüte entweder, ihr lasst sie, wie sie ist, oder ihr knickt sie einfach, ganz einfach so. Und das ist extra vorgesehen, dass ihr das schon so ein bisschen zusammenknicken könnt. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann lasst ihr das. Und so haben wir aus der Stanze, wo habe ich die jetzt wieder? Moment. Aus der Stanze haben wir jetzt diese Tüte gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder mit mir. Ich mache demnächst Comedy und keine Kreativvideos mehr. Das wäre vielleicht viel besser. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr Spaß mit mir hattet und weitere solche lustige Videos gucken wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Schaltet das Glöckchen ein und dann hört ihr mich immer hier richtig dumme Sachen machen. Tschüss, eure Jutta. Das war's.